Willkommen in der neuen Folge Die Mannschaft von Roblox! Yeah! Ähm, man hat uns auch noch ein bisschen crasht, deswegen bin ich jetzt schon auf 100.000. Äh, was ich sagen wollte auch noch. Wir haben... 10 Abonnenten inzwischen kann nicht stattfinden, weil dieser Gast leider nicht da ist. Diese Gäste, der Eier ist da und ich will alle 3 vorstellen an einem Tag. Ja, ich denke, jeder ist das im Sinn. Ich denke, ich gucke euch einfach einen neuen E-Kippe an. Ähm, also der Sinn ist, dass das Spiel ist, wir müssen für Fuß, die können wir dann verkaufen. Und mit ihm kann man mehr Geld und mehr Platz kaufen. Ja, also, wir sparen schon das am Spiel, das macht Sinn. Mein Ziel ist es, Platz weg. Ja, und es ist sehr cool, dass ihr mit dabei seid. Danke an jen, der rein gegangen ist ins Video. Und, wie scheiße ich schenic? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ähm, ja, also... Und wer es nicht wisst, das heißt, wegen meinem Kind, den ihr in ein Jahr, denke ich, sehen werdet, das kommt auf Angegen gefeiert, ist so ein Mensch mit einer Sonnenbrille. Die muss das Bautor für die Zeit, ich muss das alles bearbeiten. Soll mein Kind auf der Playstation und das muss dann halt auch hier wieder rüberleiten. Und ja, oder ich bin von mir halt selbst. Das kann ich alles tun und es braucht schon etwas Zeit. Und deswegen... Und deswegen... Ähm, ja... Deswegen habe ich halt den Brunner nicht genauso wie hier. Aber jetzt nicht, den ich nicht kann. Ich glaube, fünf Minuten ist da. Das ist das Nächste. Okay, also... Wenn ihr liked und abonniert und die Glocke habt, ihr wisst, ihr habt ja automatisch zu chillig gehen. Und wenn ihr sowas in die Kommentare schreibt, auf die meisten antwortet. Können wir hinten sagen? Ja, wenn wir dasieren. Okay. Und wir haben diesen Weißdaten gearbeitet. Es wird noch viele Teile geben. Hab ich schon gesagt, ob wir jetzt... Ah, ich bin gerade schon groß, weil ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen da. Ohhhh. Also ich muss hier direkt gleich vertreten. Ist ja logisch. Also, ich habe es ganz spät. Ich habe gefragt, ob ich noch ein Video machen kann. Und meine Mutter. Und ja, ich habe gesagt, alles gut. Wo die Kinder alle Lieblings-Lieblingsfarben, hat er auch in unserem Video gesagt. Seine Lieblingsfarbe ist die Farbe, die das Buch hat. Lorenz Lieblingsfarbe, tut mir leid, wer Lolo, wenn ich es jetzt sage. Jetzt nicht mehr. Ist rot. Nee, auf jeden Fall. Und meine? Die findet ihr in den Kommentaren, ob ich keine richtige Farbe ist. Aber meine ist einfach schwarz. Ich mag schwarz. Ich mag schwarz einfach sehr. Und schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe auch immer früher Marz gesagt. Jetzt kann ich schon ein bisschen verwerfen. Jetzt kann ich schnell nicht mehr für mich machen. Okay, jetzt müssen ich bemerken. Okay, jetzt müssen wir hier einfach aufhören. Das war's für heute. Oh, boom! 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 Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Bam! Ich habe einen Kopf, wo ist es? Oh, meinst du? Ah! Also, ihr kennt, ich mache gerne Quatsch. Und seid auch in der Film, gell? Ich bin schon dran. Also... Heute werde ich nicht viel verlinken am Ende des Videos. Das Einzige, was das sein wird, wird tatsächlich... Äh, ja. Ich denke nicht einfach nur, wenn der Google nicht bleibt wird, ich dann einfach abonniert wird. Die Folge sind jetzt auch nicht zu lang zu. Jetzt sind wir jetzt schon bereit gekommen, wie wir eigentlich sollten. Naja. Okay. Okay. Ich will jetzt euch mal zeigen, dass das Video ist. Wir haben am Anfang mit dem Rücken 2 Eko. Und auf 5, auf 10, 25, 200, 500, oder 5.000. Und darauf wollen wir auf 4K. Okay, gehen wir mal ganz weit. Okay. Titan-Buch gibt uns 4 Millionen, 10 Millionen, 25 Millionen. 5 Millionen. 1 10 Millionen lang humans. Aber ich kann sehr ruhig sein. Ich denke, ich bin sicher, dass ich nicht so gut bin. Ich sag es mal auf. Eins, zehn, tauben, Millionen, Billionen, 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 Quatsch, Quatsch, Billionen, Quintch, Billionen, 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 Sechs Billionen, das gibt es nicht. Nein, sechs Billionen, Sechs Billionen, Sechs Billionen, Ocht Billionen, Ocht Billionen, Nocht Billionen, Nocht Billionen, und sechs Billionen, und vier Billionen, und vier Billionen. Schreibt eure Dinge in die Kommentare, wie was ihr tun könnt. någoten Insider in den Ingenpecs freut den Birken ainda denser auf. Hier habe ich mehr Stift und das Ferngen. Und jetzt kann man überall die sind. He Acho wo ihr so weit gehen könnt. Ich denke, dass es nicht weiterleitend wird. Ich werde es mal weitergehen. Vielleicht wird das bei euch aber auch noch der Kühne spielen. Ob das ihr äh weitergehen könnt. Ja. Also könnt ihr nur sagen, welche Art du hast. Genauso sind Weltreal, Gesamt oder naja, also würde ich jetzt erwarten. Auch in nächster Zeit irgendwann mal. Ich nehm's da nicht so. So. Oha, das ist schon viel. Ich glaube, ich brauche das nicht. Also ich mach noch das nächste Buch und dann hört's auf. Mit der Folge. Ich hab auch am Ende der letzten mal gesagt, vielleicht können wir auch jeden Donnerstag eine Roblox Folge machen und auch noch jeden Dienstag. Ich will vielleicht Minecraft Infinity verschieden am Sonntag auf Freitag. Das weiß keiner. Aber Freitag ist mein Lieblingstag. Ich weiß, viele von euch haben das nicht. Aber ich hab das. Freitag gelingt mir mal alles. Ich mach mir mal super viel Spaß. Es ist immer Wochenende. Ich bin halt noch Hausaufgaben. Hab ich aber schon vorgeholt. Juhu. Und am Sonntag gibt's schöne LK-Videos. Und es wird auch viel mit Nea in der Mixerzeit kommen. Manche. Schreibt mal eure wen ihr am meisten macht von uns. 4. Und Levin und Lorenz. Ihr schreibt nicht in die Kommentare. Genauso wie Nea. Ihr schreibt euch jetzt einfach mal in die Kommentare. Welche wen ihr am meisten macht? Nea, Levin, Lorenz oder mich? Ich hab nichts gesagt. Es wird bald zu Ende sein. Deswegen zieh ich jetzt auf. Ich glaub nicht. So. Und dann Ende. Das war sehr toll. Ich denke, es hat mir viel Spaß gemacht. Vor allem das aufzunehmen. Das macht mir mega viel Spaß. Aber trotzdem. Wieder Spaß. Am Ende. So muss das auch am Ende haben. Super leicht. Super leicht. Super leicht. Wuuu. Wuuu. Yeah. Ähm. Ähm. Was war's mit ihr heute für Teure? Oh mein Gott. So gut. Ähm. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das meinte. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Hier könnt ihr. Hier könnt ihr. Links klicken. Da könnt ihr. Ein Zufallsvideo schauen. Und hier könnt ihr den Kanal. Bitte. Hier könnt ihr den Kanal. Achtet bien. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö.